So, ich bin jetzt hier im Kreativmodus und zwar gibt es einen Trick, wie man durch eine Wand schießen kann. Keine Ahnung, ob es auch mit anderen Waffen geht, auf jeden Fall geht es mit der Sniper. Also erstmal baut ihr euch ein, dann macht ihr da ein Fenster, eine Tür, dann eine Pyramide, editiert sie so. Dann könnt ihr hier durch diese Lücke bei der Tür die Gegner anhitten. So, ganz easy. Also es geht irgendwie nicht immer, man muss glaube ich irgendwie perfekt dastehen, ich weiß nicht wie genau, aber keine Ahnung, ist auf jeden Fall hilfreich. Achso, noch ganz kurz bevor das Video beginnt, falls ihr noch nicht abonniert habt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es machen würdet, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und rechts daneben könnt ihr dann auch noch die Glocke aktivieren. Falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, geht einfach in den Fortnite-Shop, dann könnt ihr rechts unten bei Unterstützer ein Creator meinen Creator Code eintragen, arianfn. Also einfach, wenn ihr das nächste Mal Fortnite spielt, kostet nichts und geht mega schnell. So, ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach noch eine chillige Runde. Und, äh, wo bin ich hier rausgesprungen? Und, äh, wo bin ich hier rausgesprungen? Nein. Der hat eine Waffe. Alter, ein Schiff, die bin ich noch so gut wie nie gelandet. Oh, nice. Komm, bitte Schild. Fuck. Alter, ich bin gerade noch so 0 eingespielt. So, wo ist er? Junge, was machst du? Er hat sich selber in einen Raketenwerfer entgegeben. So, hier noch das Lagerfeuer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ist so schlecht. So, die kann ich jetzt noch mitnehmen. Ah. Oh mein Gott. Nice. So, ich gehe. Ich gehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Das war's. Ah, da ist noch das Jump-Bit. Ich muss unbedingt jemanden killen, damit ich wieder Metz hab. Über mir fighten welche. Das war's. Nice. Ich denke mal, fast alle sind oben auf dem Berg. Ja, ich geh da mal auch hin. Ah, da vorne. Okay. 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 So, ich muss jetzt mal schnell wieder auf dem Werk. Oh, nice. Ich weiß nicht, was die Zone ist bei mir. Ja, eigentlich könnte ich chillen. Und jetzt alle mit dem Jump-Hit kommen. Alter, wie ernst spielen die alle? Okay. 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 Kommt, Sonne. Digga, was macht der denn? Nur noch einer. Alter, was war das für eine komische Runde? Also, ich hoffe, euch hat es dir gefallen, auch wenn die Runde jetzt ein bisschen langweilig war. Ja, vielleicht nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code, Ariane, viel nicht vergessen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.